Das geht nicht nur mir, sondern das geht vielen Deutschen tatsächlich ganz, ganz tief. Tief empfundenes Mitleid, tief empfundenes Scham für das, was passiert ist. Aber ich bin froh, dass die Brüder Meier uns die Hand reichen. Die Brüder Meier Die Brüder Meier und die Brüder Meier Was euer Vater da macht und was die Nazis da machen mit den Juden, das ist ja furchtbar. Er hat so richtig geschimpft bei mir. Es ist schrecklich, was passiert ist. Aber sie haben keinen Hass. Sie sind für Versöhnung. Und das ist, denke ich, die Grundlage besseren Verstehens in dieser Welt. Sie sind für Versöhnung. Und das ist, denke ich, die Brüder Meier. Sie sind für Versöhnung. Und das ist, denke ich, die Brüder Meier.